Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Empyrean Galactic Survival mit dem guten Pappnase. Hallo Pappnase. Hallo. Es war so klar, es war so klar. Gut, der Pappnase ist wieder dabei. Wir haben ja in der letzten Folge gesehen, er wurde sehr vermisst. Ich bin mehrfach gestorben. Ohne Pappnase habe ich keine Chance. Gut, aber er hat die, wie heißt die Knarre? Äh, da muss ich jetzt noch. Oh, schon wieder top. Scheiße. Also, äh, Textur und Symbol-Tool. Das ist die Knarre, mit der wir hier so den Boden verschönern können. Er hat von innen tatsächlich schon was geschafft. Er hat uns einen wunderschönen Laminatboden verpasst und ja, alles Mögliche hier. Schön, ne? Schön futuristisch. Ja, sehr futuristisch. Ein Laminat, ne? Ja. Kann ich mir so ein Raumschiff gut vorstellen, wie das dann fliegt. Ansonsten habe ich den Pappnase gerade was draußen vorbereitet. Willst du es mal ausprobieren? Deine neue Behausung? Meinst du, das ist meine neue Behausung? Ja, ich habe mir sehr viel Mühe gegeben. Extra für Pappnase. Ja, okay. Sehr schön. Gut, nein, wir wollen auf Wanderschaft gehen. Wir müssen Ressourcen aufdecken, ähm, sonst kommen wir hier an nichts. Konntest du das hier einfach so hinbauen? Nein, ich habe das, ich habe von da an einen Holzblock und dann da gezogen und dann zählt das als Baare. Oder wie? Nö. Einfach so, ich habe einfach einen Holzblock da hingezogen. Fällig. Okay, und dann abgerüsten? Und dann wird das weggemacht, ne? Ich habe mir die Zeitlegerwaffe gebaut. Ich habe, ich weiß, soll ich ihn zerstören oder willst du deine Hundehütte behalten? Ich kann sie ja noch verfeinern, denn mit Rechtsklick können wir uns verschiedene, ähm, Skulpturen ausmalen. Kann ich das auch malen? Und wie, wie drehe ich nochmal Sachen hier? Das war doch wie bei Spacey und so. Ja, geht. So. Ja, aufpassen, du darfst nur die 5 drücken. Ich mache dir dann aber eine schöne Hundehütte. Also du sollst ja schon Platz haben. Nicht, dass du so ein Traurig bist, ne? Und am Ende dann meckerst du rum, dass ich dir hier nichts gönne, ne? Ja. Das muss ja nicht. Das ist, glaube ich, falsch. Ja, das ist falsch. Oh Mann, ich habe, glaube ich, schon wieder Scheiße gebaut. Aber wenn ich einmal selber kreativ werden muss, ne, dann wird es Chaos. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Ich habe so seltsam Block genommen. Ach, scheiß drauf. Wir müssen, wir müssen auf Spaziertour gehen. Du hast jetzt so schöne Spitzen oben drauf. Wo bist du? Was machst du überhaupt? Nichts, wieso? Ach, er macht sich seine Hundehütte hübsch. Ich fühle mich echt aus wie ein Swigger. Ja, ich würde sagen, wir gehen in der Richtung. Da sieht das irgendwie so attraktiv aus. Wir haben ein bisschen Munition dabei. Ich habe noch 155 Schuss Pistole. Bist du hinter mir? 155 Schuss Pistole und 20 Schuss Scharfschützengewehr. Das sollte eigentlich reichen, dass wir ein paar Wesen mal pulverisieren. Wo bist du? Da. Hier. Boah, wie fände ich das mit dem Planeten dahin aussehen? Der ist aber auch groß, ne? Der ist voll nah. Ja, wir brauchen noch Ressourcen, denn ich zeige euch das ja mal ganz kurz. Da habe ich in der letzten Folge verpeilt. Wir haben ja Blaupausen und ich habe auch aus dem Workshop ein paar runtergeladen. Zum Beispiel Atlanta City hier, was 83 Stunden, 50 Minuten dauern würde, wenn wir die Teile da reinwerfen. Millennium Falcon, den möchte ich sehr gerne bauen. Ehrlich gesagt, dauert auch 20 Stunden, dass wir den dann noch haben. Und das ist sowieso das Highlight. Diese City of Ningress. 177 Stunden poppen, also sollten wir warten, bis die dann fertig ist. Ey, falls ihr das Ingame-Stunden? Ja, du musst online sein. Den T-Fighter, den möchte ich gerne als... Achso, 107 Ingame-Stunden geht aber, das ist nicht so lange. 107? 177 Ingame-Stunden. Ah, 177. Also das heißt, der Server, wir müssten 177 Stunden online sein. Wenn ich den ausmache, dann ist da nämlich gar nichts. Nein, 177 Ingame-Stunden. Nein, nein, Ingame nicht. Also das läuft echt einen Sekundentag ab. Okay, komm, wir gehen mal weiter. Ähm, Pappmann, such mal S5. Oh, ich hab Hunger. Ähm, ich hab da gar nicht umhaut. Oh, ich hab gar nicht umhaut. Ich hab hier... Ne, alles gut. Ich hab hier noch was. Okay, Pappmann, dann tu... Dann such mal S5. Hab ich meinen Helm auch? Jetzt lass den ab. Jetzt lass den wieder ab. Was ist das? Ne Drohne. Mit der da bauen kannst. Ich hab auch eine. Ah, Hilfe. Ein Feind. Du kannst dich selber schieben, auch mit der Drohne. Das Ding... Oh. Wieso tust du so etwas? Das war doch nicht geplant. Man schießt halt. Jetzt fliege ich mal weit weg damit mit der Drohne. Und guck mal, was passiert. Ich weiß jetzt, wie ich ohne Ausdauer laufen kann. Oh, ja. Das ist aber sehr, sehr schwierig. Okay. Oh, das erwartet euch alles am Freitag. Das ist jetzt geile Zeug. Ja, mach doch mal auf. Fliege mal weit weg dann. So weit wie geht. Wieso? Das geht nicht so weit. Und dann bist du wieder an der Steuerung. Ja. Kontakt zu deiner Drohne von oben. Okay. Ich hab auch Hunger, merke ich gerade. Das ist nicht so schlau. Wir sind meine Rationen hin. Wie, ich hab nichts weggenommen. Huttab. Habe ich die jetzt alle aufgegessen oder was? Ich hab auch nicht wirklich viel dabei. Gar nichts zu essen. Aber wir werden bestimmt ein paar Korndocks unterwegs finden. Wir wollen ja nur ein bisschen was aufdecken. Da sollte er eigentlich gar kein Rekt sein. Ich glaube, ich hab gerade drei Rationen vermampft. Was hab ich denn hier gefunden? Phönix Fahnen Fornt. Was ist das? Kann man das essen? Mann, Tapp. Pils. Rauschen wie das war. Gar nichts. Ach, Alien-Klasma. ZR1. Alles gut, brauchen wir. Medikids, oder? Äh, weiß ich gar nicht mehr. Ich auch nicht mehr. Hab's vergessen. Und, ähm, ja. Wir genießen einmal den Grundgang hier über den Planeten. Ey, das wollte ich gerade nehmen. Arsch. Niemals. Prometrium-Lager haben wir aufgedeckt. Was war das denn? Ist das nicht schon immer da? Ich weiß nicht. Das war schon immer da. Ja, das war da immer. Eine blaue Platze, die wir nicht aufnehmen können. Denk an deine Ausdauer. Ich hast dieses Herz pochen. Ja. Also, eigentlich wäre es sinnvoller, zusammen, ähm, also in Gegengesetzten Richtung zu laufen zum Aufdecken, aber wir wollen natürlich zusammen spazieren gehen. Wir wollen ja spazieren gehen, ist ja klar. Obwohl ich ja schon, ähm, weiter bin als du. Darum müsstest du eigentlich zurücklaufen. Niemals. Wir laufen fast nebeneinander. Ey, was ist das denn für ein Vieh? Achso, ein Dinosaurier. Langweilig. Aber wir müssen eigentlich Kaffee machen für solche Touren. Das wird sinnvoller. Ja, gut. Aber ich denke mal, so am Anfang, Kaffee ist ein bisschen schwierig. Kupfer war auch schon da. Okay, das ist beim Absturz dann wahrscheinlich aufgetaucht, ne? Na, Prometrium, das ist natürlich gut für Energie. Und wir müssen mal gucken, was wir haben. Wir brauchen Silizium, definitiv. Ich gucke mal, was ich hier in der Fabrik habe. Oh ne, das wollte ich gar nicht gucken, so. Sollen wir erst ein Wessel oder sollen wir gleich sofort ein, ähm, ein kleines Schiff bauen? Ich glaube, sofort ein kleines Raumschiff wäre besser, ne? Das können wir machen, ja. Dann brauchen wir noch ein bisschen, also Eisen ist kein Problem. Kupfer brauchen wir ein bisschen, Silizium und Kobalt brauchen wir. Ganz wichtig, Silizium und Kobalt. Du willst ein Blueprint-Wessel bauen, oder was? Ja, genau. Ja, erstmal, damit wir damit erstmal auf Tour gehen können. Also am besten zwei, ne, wenn es gehen würde. Ja. Weil die dauern auch schon über 20 Minuten in der Herstellung. Das ist nicht wenig. Schon eine ganz schöne Zeit, die man da warten muss, wenn man sie im Auftrag gibt. Pupp, pupp, pupp. Ich sehe eine Pappnase da hinten. Niemand, äh? Ich wünsche mir ja nochmal so ein... Ach so. ...so ein Tempel oder irgendwas von den Viechern. Meine Aliens, die sind ja lieb. Die tun uns ja nichts. Und wenn wir von denen eine Basis finden, können wir die einfach leer räumen. Die haben nämlich Spezialloot in ihren komischen Kisten, da in so Spezialkisten. Die sind ja auch neu dabei. Und da hoffe ich, dass wir was aufdecken. Auf jeden Fall ist das schon gefixt worden, dass die Basis einfach explodiert, ne? Das ist ja bei uns passiert. Ach so. Warum Pappnase? Wieso hast du das aufgedeckt? Weil ich's kann. Ich, ich will das aufdecken. Oh Mann, Ausdauer. Äh, ist das das einzige Eisen, was wir bisher freigeschneiden haben? Ne, da unten ist ja auch. Ne, bei uns an der Basis ein ziemlich nahes auch schon Eisen. Ach komm, Aloe Vera nehme ich mit. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Er packt... Der muss sich der Aloe Vera in der Tasche stecken, der Typ. Er liebt es einfach. So, es sieht schon sehr viel lebendiger aus, ne? Und das Spiel. Macht schon so viel mehr Spaß. Ich würde gerne auf einander Planeten reisen, aber das ist natürlich am Anfang schwierig. Ja. Wenn man auch so ist voll im Keller. Eisen lag ich schon wieder. Wie viel Eisen willst du denn noch aufdecken? Hör mal auf damit. Mach mal, wir brauchen Silizium. Volle, Junge. Ja, warte, ich stell dich eben um. Oh, diese doofe Ausdauer. Da oben ist es das Eisenlager. Die Pole sind immer noch nicht begehbar, glaube ich, ne? Das war, glaube ich, noch nicht drin. Ich glaub nicht. Silizium, Eisen, Kobalt. Also Kobalt und Silizium. Eisen haben wir auch schon entdeckt. Fehlt jetzt nur noch Silizium und Kobalt. Geh mal ein bisschen weiter in der Richtung. Du kannst ja mal in einen anderen driften. Korndocks. Sehr geil. Ich finde es ein bisschen was zu mampfen. Aber ich hab mir schon gedacht, ich finde was. Ach, Tapp. Ey, Tapp ist aber echt eine Katastrophe. Muss man selber umstellen. Oh, das ist ein guter Snack. Die Korndocks. Bist du nur da? Ich bin noch da, ja. Ja, man kennt das ja. Man sieht es ja. Ja, soweit ich mit Tim spiele. Was ist das für ein krasser Alienplasma ZR1? Volle Pilz. Oh, der wächst auch von alleine nach. Wer hat denn den Namen gegeben? Alienplasma ZR1. Wer war denn so unkreativ? Kann ich dir sagen, der Entwickler. Ach so. Ja, da wäre ich nicht drauf gekommen. Ja. So, sieht aus wie kleine Netteln jetzt, sage ich nicht. So. Was haben wir? Kobra Blätter. 4,46. Puh, sehr, sehr wenig Ressourcen uns in der Nähe. Auf jeden Fall nur Eisen, Kupfer. Kobalt und Silizium gibt es aber auch für Akua, ne? Ja. Man muss ja, 500 Meter Reichweite ist eigentlich ganz viel. Warum decken wir nichts auf? Warum rutsche ich denn hier so komisch? Oh, 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 Bremsen. Ah, endlich mal geschafft. Puh, man. Hat den einfach mal läuft wirklich über einen Planeten, der unbewohnt ist, ne? Ja. Aber hier gibt es Aliens. Böse Aliens und gute Aliens. Und diese verdammten bösen Aliens gibt es einfach verdammt nochmal überall. Im ganzen Universum hier. Oder Galaxie. Boah, cool, ey. Ich bin ja jetzt hier irgendwie auch so im Hügel, ne? Und da ist so richtig Wind. Boah, cool. Hammer, ey. Ich kann kaum noch richtig laufen. Ob ich jemals Wind spüren werde? Das habe ich auch schon mal gehabt. So fing die letzte Folge zum Beispiel an. Mhm. So, springen. Verbrauch noch mehr Ausdauer. Oh Gott, diese Ausdauer. Jetzt höre ich den Wind da auch. Und ich decke nichts auf. Gar nichts. Jetzt sieht es ein bisschen karg aus, ne? Ein Stein im Tal. Es ist sehr hügelig. Ich glaube, wir laufen einmal um den Planeten. Kann das sein? Pappen, da sei ein bisschen. Kobalt. Hol Kobalt. Hol, hol. Ich will jetzt Silizium aufdecken. Warum deckst du denn alles auf? Ich existiere doch auch. Virtuell. Ich existiere aber Realität. Okay. Merkt schon, ja. So. Ah, die... Wir laufen der Sonne davon. Deswegen geht es so schnell gleich wieder Nacht. Och Mann. Ich jedenfalls. Das ergibt aber keinen Sinn. Wenn wir vor der Sonne weglaufen, dann ist der Tag länger. Wir laufen hier bestimmt nicht entgegen. Das wird ja... Ja. Es ist mir auch scheißegal, was... Aber wir laufen auf jeden Fall so kacke, dass es schneller dunkel wird. Wir laufen quasi der Nacht entgegen. Wenn wir aber wieder zurücklaufen. Genau. Das wollte ich auch sagen, aber du hast alles zerstört. Ja. Was für ein schöner See. So, J. Ein todesmutiger Sprung und... Booster an! Oh, das war knapp. Also, ich habe echt noch gar nichts aufgedeckt. Ich finde das unfair. Ich merke das. Ja, ich finde das sehr unfair, muss ich sagen. Wie du das wieder eingefädelt hast. Was für ein Alienplasma ZR1. Und ich kriege gleich Kohldampf. Blaubeeren. Ach nee, das ist falsches Spiel. Ich habe zehn gar nicht mal Korndox. Minigun, du hast überhaupt keine Korndox. Jawohl. Okay, soll ich zählen? Soll ich zählen? Oh, Herr, aufgehört. Ich habe eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Wenn du das Ganze mal zehn nimmst, hast du, habe ich 100. Kannst du mal 1.000 nehmen, ne? Ja, dann hätte ich nicht stimmt. Wir haben hier 1.000. Ein Dino, was ist das für ein Baum? Ein abgeschlaubener Baum. Eine Kaffeepflanze, die nehme ich diesmal mit. Also Dinos haben wir. Ich könnte Fleisch holen ohne Ende, aber... Was ist das? Der bringt mir ja nichts. Du kannst ja nicht putzeln. Eine Pflanze, die noch wirklich keine Funktion hat scheinbar. Wieso hast du jetzt aktuell Hunger oder was? Noch nicht, nein. Ist aber gleich soweit. Wo ist denn die Drohne jetzt? Auf den Hügeln sind überall, nicht überall Korn-Doc-Deckel. Nein. Doch. Auf den Hügeln, wo ich da war, war unendlich viel Korn-Doc. Okay. Vielleicht finde ich auch noch Korn-Docs. Ich gehe auch mal höher. J. Berg steigen. Am Arsch. Das ist überhaupt nichts. Ich kann auf dem Urwald gucken, das war es. Aber ich sehe überhaupt keinen einzigen Korn-Doc. Dann bist du da, wo ich die schon alle weggenommen habe. Nein, wir sind noch total auseinander gegangen jetzt. Du bist voll weit weg. Achso, du bist am Abfahren, ne? Ja. Oh, hier kommt der erste Pool. Ich glaube, die sind immer noch nicht begehbar. So, J. Renn, Timmy, renn. Korn-Docs, wo seid ihr? Also, ich habe ja echt noch nichts aufgedeckt, ne? Das ist aber auch Zufall. Das ist kein Zufall. Wir haben nur noch eine Stunde hell. Das kann doch nicht wahr sein. Wie lange ist es bei dir noch hell? Eine Stunde, 17 Minuten. Ja, aber wir sind jetzt 56, 55, 54. Also geht ruckzuck bei mir runter. Aber ich mache mir keine Sorgen wegen der Nacht. Nur wegen der Aufnahme. Deswegen, ne? Weil es dann so dunkel ist. Ist ja nicht so, wie der zu da war. Nahrung wird gelb. Korn-Docs. Da, Korn-Doc. Ein einziger Korn-Doc. Ich habe zwar gerade nicht wirklich Hunger. Ich esse mir mal trotzdem mal einen Korn-Doc. Ich habe einen Scharfschützengewehr. Das weißt du, ne? Und ich komme locker an dich ran. Also hast du schon einen Scharfschützengewehr. Dass ich mich freigeschaltet habe. Hier sind ein paar Korn-Docs. Ich habe auch drei Stück jetzt gleich. Du, die drei Stück kannst du mal 1000 nehmen. Dann weißt du, wie viel. Ja, dann hast du 3000. So. Oh, ein Alien. Ich werde ihn tot machen. Aber dabei ist er voll Liebe, ey. Eigentlich dürfte ich den nicht abschießen. Tu es nicht. Ich treffe ihn auch nicht. Wir haben einen eigenartigen... Oh, ein dickes Mediket hat er dabei gehabt. Und wo auch immer. Das Apar2 geht ja jetzt mittlerweile voll heute. Ja, das ist gut. Es wird dunkel bei Timmy. Das ist nicht schön. Und ich habe noch nichts aufgedeckt. Noch gar nichts. Wie kann man denn so ein Pech haben? Ich laufe doch... Kann doch nicht sein, dass ich hier nichts aufdecke. Das ist eine flaute Phase hier im ganzen Umkreis. Das kann doch nicht wahr sein. Wing, komm. Oh, 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 oh. Ach, schau. Wie habe ich denn? 103. Aber Kaffee ist weniger geworden. So, bei mir ist aktuell Nacht. Wir haben jetzt noch 12, 11 Stunden, aber war dunkel. Oh, noch ein Alien. Aber wenn hier so viele Alien sind, dann müssen die doch irgendwo wohnen. Oh, oh. Aua. Was denn? Er hat mich geschlagen. Er hat gebackene Bohnen... Nee, gar nicht. Ein Gemüsekonserve verloren. Wie kommen die denn da ran? Die haben noch ein bisschen schon Menschen getötet. Du meinst, das Gemüse in der Konserve ist menschlich? Ich gehe... Nee, das Fleisch nicht. Das ist Gemüse. Quatsch. Da ist ja gar kein Verständnis. Das ist Gemüsekonserve. Ja, weil du meintest, dass die ja wahrscheinlich schon Menschen getötet haben. Na, eigentlich nicht, weil die verliebt sind. Ich bin eigentlich voll der gemeine Typ, weil ich die umbringe. So, ich bin jetzt ja ganz nah am Pol. Es ist immer noch dieses komische Gitter am Pol, ne? Dass man da nicht durch darf. Boah. Da geht nicht. Scheiter aufregeln. Da geht einfach ruhig. Geht nicht. Aber wir waren schon beim Pol. Wir haben es mal eine Folge. Ich weiß nicht, welche haben wir es geschafft, dass wir da drin rumeierten. So, der Planet selber ist natürlich jetzt hübscher geworden, aber es ist auch trotzdem noch furchtbar langweilig. Komm, 300 schaffen wir. Ach so, das ist ja super langweilig für euch, ne? Wie ihr mir das mal drauf schreibt. Headshot, komm. Boom. Sehr schön. Wieder ein Elend weniger. Ey, was ist das so für ein Yeti, ey. Woodwalker. Ein Wesen aus Holz? Wolltest du gerade ein menschliches Wesen sagen? Ja. Und er nimmt gar keinen Schaden, glaube ich. Der ist aus Holz. Sag ich nicht, ich muss ihm mit den... Nimm die Ketten, sag ich. Ne, doch, der fällt um. Sehr seltsam, aber er fällt um. Woodwalker. Ach, drei Holzstämme. Kriegst du auch aus ihm raus? Kleine Medikids, großes Medikids. Achtmal Notverpflegung. Diese Ration, oder was? Ja. Achtmal hat er sie verloren. Das ist noch ein Woodwalker, aber die machen keinen Spaß zu töten, weil nur Holz gibt. So, jetzt muss ich hier irgendwie wieder rauskommen. Ich muss auch irgendwie ins Helle kommen. Das ist scheiße, weil ich bin im gleichen Dunkeln. Bin nicht im Dunkeln Enden. Das denn. Ach so, wird da so ein... Oh, die Woodwalker, die sind aber, glaube ich, nicht lieb. Nein. Die sind nicht lieb. Nein. Wow, was für einen Berg. Ach, da hinten ist ein Planet... Oh, wie schön. Warte mal, das ist ja ein Screenshot. Äh, kann man zumal nicht hier auch irgendwie das Hardware wegmachen? Ich weiß nicht mehr, bestimmt. Oh, das sieht aber richtig geil aus. Ja, die Planeten sind irre aus. Und dass man da echt hinfliegen darf, ist einfach ein Highlight, ne? Oh, Hilfe. Das kenne ich in Drohne. Kein anderem Spiel so. So, wo bin ich denn jetzt? Oh, ich laufe steil auf nach Hause wieder zu. Na gut, sollt so sein. Also, ich habe echt nichts aufgedeckt. Nichts, null, nada, gar nichts. Ich habe nicht einmal was aufgedeckt. Das ist ja sehr traurig. Das ist ja doof, ist das. Wir brauchen Silizium. Kobalt holst du ja schon. Ich wollte Silizium besorgen. Aber ich habe Woodwalker kennengelernt. So, oh, ganz viele Korndocks. Obwohl, jetzt habe ich jetzt tatsächlich Notverpflegung ohne Ende. Scheiß auf die Korndocks. Einen dicken Haufen auf die Korndocks. Nehmen wir später. Ich deck nichts auf. Kann das sein, dass es ein Bug ist, dass ich nichts aufdecke? Und wenn du hier langlaufen würdest, würdest du was aufdecken? Weil das kann ja nicht sein, dass hier absolut null Ressourcen sind. Nicht, dass ich jetzt so beleidigt bin und traurig, dass ich nichts aufdecke. Aber das ist halt ein bisschen seltsam, ne? Oh, sieht das geil aus. Sugarcane. Was? So. Iron deposit ist da. Da ist das komische Kobaltding. Dann laufe ich mal weiter hier. Da ist noch eine Drohne. Wie viel Schuss habe ich denn? Ähm, okay. Die Drohne dürfte ich damit platt kriegen. Ich schieb mich schon wieder, ne? Pappnase hat eine Ressource. Silizium. Das ist auch nicht, das ist gemein. Das ist fies. Also ich muss das eine Sache aufdecken. Das muss mindestens sein. Ja. Finde ich auch. Tapp. Ich wollte was essen. Ich will mein Geld zurück. Nicht eingebäune. Nein, eine Blume. Wie eine Blume. Eine Blume. Ach ja, scheiße. Die stimmt. Die gibt es ja auch noch. Jetzt ist hier eine Drohne und eine Blume. Aber das ist doch Munition, oder? Anders hat man auch viel. Nein. Ich laufe ab und zu in nichts. Also der Planet ist, ob der unbewohnt wäre. Der da wissen wir, ob der bewohnt ist von Außerirdischen. Aber mir ist nichts zu finden. Ich bin doch. Boah. Oh, hier oben. Das ist stürmisch. Und ich höre die nächste Pflanze. Also, ähm, ich laufe in nichts gerade. Wieso greifst du eine blöde Pflanze denn nicht diesen Alien hier an? Ich glaube, ich bin verbackt. Ich müsste doch irgendwas aufgedeckt haben. Boah, bin ich hoch. Ich seh' keinen Turm. Nein, ich wurde gebissen. Ah, ich hab' alles in der Tasche. Ich nicht. Keine Leider hier. Du bist so weit weg. Du musst leider sterben. Wie immer. Wie in jeder Folge. Hüpf, hüpf, hüpf. Also, wie kommt man sich... Weiß nicht, wo ich gelandet bin. Das ist ja... Das ist ja entsetzlich. Was denn? Was hast du denn? Ja, bei mir ist einfach gar nichts. Nix, null, nein. Nichts. Ich kann gar nicht beschreiben, wie wenig hier ist. Er ist einfach gar nichts. Ich hab' nicht mal... Ich hab' nicht mal Texturen vernünftige. Ein Stein liegt hier, einer. Okay. Da bist du, glaube ich, falsch. Ja, unten ist Wald. Hopp. Und dann wieder auf. Boah, wie er... Oh, Geschwindigkeit. Bremsen. Schub. Au. Ja, mit dem Bremsen krieg ich nie hin. Und ich deck mich so auf. Das ist gemein. Der Papa hat aber alles gefunden. Wir haben Silizien, wir haben Kobalt, wir haben Kupfer, wir haben Eisen. Das ist das, was wir brauchen für den Wessel. Und dann können wir richtig losfliegen. Ja, du musst gar nicht eben Wessel bauen, weil ich komm' sonst... dauert das Ewigkeit, bis ich wieder zuhause bin, weil ich hab' keine Ausdauer mehr. Ich kann keins bauen, wo... Ich hab' doch die Ressourcen nicht. Ja, du kannst sie doch sammeln. Nein, kann ich nicht. Wie soll ich hier denn sammeln? Soll ich jetzt nach dir laufen, diese Ressourcen sammeln und dann zurückgehen, das Wessel bauen? Ja, das ist eigentlich eine fabulöse Idee, da habe ich jetzt selber gar nicht dran gedacht, aber das ist für wen eine fabulöse Idee. Und was machst du die ganze Zeit? Ne, ich sitze hier und baue ab. Oder lauf zurück. Ne, ich lauf ja zurück. Ne, ne, stimmt gar nicht. Du musst hier hinlaufen, zurücklaufen, das Schiff bauen und dann wieder hier hinfahren und mich abholen. So, das ist der Deal. Das ergibt einfach keinen Sinn. Hast du denn Silizium auch schon gesammelt? Bin ich gerade bei. Kobalt, das kann doch nicht wahr sein. Ich decke überhaupt nichts auf. Ich wette, wenn du hier langlaufen würdest, hättest du ja wasser aufgedeckt, weil bei mir ist irgendwie ein Bug drinne gerade. Ah, Ausdauer. Boah, Tab. Wurde doch. Was steht denn da? Number of children does not match will in the post. Was soll das denn für eine Information sein? Naja, ich habe wenigstens die Natur genossen. Ja, okay. Meine Basis ist nur 500 Meter weit weg, dann bin ich schon wieder zu Hause. Pappnase. Also musst du Silizium, Kobalt mitbringen. Ich gehe Eisen abbauen. Ja. Und dann haben wir eigentlich die Sachen zusammen. Boah, ich mache jetzt Jetpack hier. Das ist... Rennen ist echt eine Qual. So. Na, doch, man findet aber wirklich viele Korndogs. Jetzt laufe ich dir wieder. Was ist der Sonnenuntergang? Das ist schon seltsam. Das ist ein bisschen Zeitreise, die man hier macht. Das ist der Sonnenuntergang jetzt in einer Stunde bei mir. Da die Planeten so klein sind. Ja. Osterländischer. Boom! Level 12 reached. Boom! Drei Headshots und so ein ostländisches Platz. Also ich finde, du bist ein sehr aggressiver Mensch. Aber dafür kriege ich gute Sachen. Ich würde ihn nicht töten. Aber er ist halt sehr wertvoll, sagen wir mal so. Außerdem kann er ja nicht pappen, er ist ja tot. Ein blödes Insekt. Eisen. Wir brauchen viel Eisen, aber so viel ist es nicht für das kleine Raumschiff. Wir müssen natürlich auch Barren herstellen. Das wäre so eine Sache. Oh man, ich habe nichts aufgedeckt. Das kann nicht wahr sein, ey. Wahrscheinlich, wenn ich mich jetzt ein- und ausloggen würde, dann würde es gehen. Dann würde ich ja vorhin mal wieder aufdecken. Boom! Eisen, Eisen, ich komme. Boom! Wieder Aua gemacht. So, wo ist unser Loch? Da ist unser Loch. Und ziemlich tief. So. Oh nein. Ich habe gar kein Abbau-Tool. Ich bin noch gestorben. Jetzt stehe ich hier im Loch ohne Abbau-Tool. Okay. Naja, ich bin ja nicht weit weg von der Basis. Das macht ja nichts. Zerlegung, Reparatur. Was ist mit dem Ding? Ach, mit der Segel geht es auch. Sogar sehr schnell. Echt? Ja, und wie? Oh, ist sehr laut. Ja. Aber man kriegt keine EPs. Was wahrscheinlich nicht geplant ist. Na ja, also man muss das ja schon programmieren, dass so ein Teil den Stein abbauen kann. Eine Ahnung. Also, dennoch müsste das schon geplant sein. Aber sehr, sehr, sehr laut. Oh, das ist schon normaler Stein. Das geht, aber man kriegt sehr wenig. Und das dauert sehr lange. Das ist natürlich nicht sehr produktiv, was ich hier tue. Also, verdammt. Verdammt. Ja. Oh, ich habe hier ausgemacht. Ja. Ui. So, ich gehe zur Basis. Dann holen wir uns ein bisschen Eisen. Mal schauen, was der Pappenase so mitbringt. Viele leckeres. Viele leckere Schmeckereien. Also, ich laufe die ganze Zeit in der Nacht und in den Tag, in der Nacht und in den Tag. Also, sehr komisch. Es wird die ganze Zeit nicht richtig dunkel bei mir. So, an der Stelle sage ich danke fürs Zusehen. Pappenase, sammelt weiter. Ich hole ein bisschen Eisen. In der nächsten Folge hoffe ich, dass wir dann einiges an Ressourcen dabei haben, um unser erstes kleines Raumschiff zu craften. Bis dann. Tschüss. Tschüss.